Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es bei mir mal um ein in Anführungszeichen mysteriöses TV-Signal, was ich hier mit meinem SAT-Receiver empfange, und zwar ohne LNB und ohne SAT-Antenne. Und zwar habe ich als Antenne einfach bloß ein schlecht abgeschirmtes Coax-Kabel mit einer selbstgebauten Fensterdurchführung angeschlossen. Das Ganze wirkt dann ja insgesamt schon wie eine Antenne. Und zumindest wer das nicht weiß, das LNB empfängt auf etwa 10 Gigahertz und setzt das Ganze dann runter in einen Bereich so um 1 Gigahertz. Ja, und in diesem Bereich empfängt dann der Receiver. Und in diesem Bereich kann man auch Amateurfunkfernsehen, ATV mit dem Receiver empfangen, denn das ist genau in diesem 1 Gigahertz Bereich, in dem der Receiver sonst die Signale vom LNB-Umsetzer empfängt. Und ja, und zumindest wenn ich da dieses schlecht geschirmte Coax-Kabel ohne LNB als Antenne angeschlossen habe und auf einem beliebigen Satelliten den Blind-Suchlauf starte, werden da einige, werden da Transponder eingelesen, manchmal eine, manchmal zwei, manchmal drei, aber dann keine Programme. Ich werde gleich mal den Suchlauf starten. Also wirklich sehr, sehr komisch. Vielleicht könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, und falls ihr das wisst, ist das ATV oder was ist das? Ich starte jetzt mal den Suchlauf. Wenn wir dann den Suchlauf starten, wird dann ein oder sogar mehrere Transponder eingelesen. Wir haben jetzt bloß einen in der Polarisationsrichtung. Horizontal können wir hier schon sehen, H und ja, Transponder 001. Wenn dann nach den Programmen gesucht wird, was gleich stattfindet, wir sehen schon, wir sind jetzt bei der Transponder-Suche bei 97%, bei 100%, werden ja die TV- und Radioprogramme gesucht. Ich weiß nicht, ob es das Signal dafür zu schwach ist. Zumindest wird da nichts gefunden. Zumindest hatte ich es noch nie. Vielleicht ist ja jetzt die Premiere, sage ich mal. Weil ich vermute mal nicht. Jetzt kommt dieses Bild, und hier haben wir die Frequenz 11,317 MHz, das heißt 11,3 GHz, und wir sehen schon, wir haben nichts gefunden. Also wirklich sehr, sehr komisch, diese Transponder, die da eingelesen werden. Wie schon gesagt, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ist das ATV oder was das genau ist, was ich hier empfange. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!